UNTERTITELUNG Auf der Net-Page liebe ich Er berührt mich Hey Jungs, macht ihr Hausaufgaben? Oder das? Hey Hast du die Mastercard für irgendetwas benutzt? Nein Ich kann die Kreditkarte nicht mehr einsetzen Dieser Typ hat all ihre Daten Waren sie in Chatrooms, Diskussionsforen Manchmal Wie wäre es mit einer Privatshow? Wow, du siehst heiß aus Du bist ein Puma Was ist ein Puma? Eine Stufe vor Kuga Oh mein Gott Ich bin Reporterin Ich wollte dich fragen, ob ich dich mal interviewen könnte Ich weiß nicht Alles was sie tun, kann da draußen jemand sehen Hast du gewusst, dass da was abläuft? Oh mein Gott Der hat's geschickt Du musst damit aufhören Ich bin sein Vater, ich suche nach Antworten Bist du wirklich 18? Ich bin so gut wie 18 Waren sie mit dem Jungen intim? Selbstverständlich nicht Wann wird die Polizei diesen Kerl vernehmen? Sie können nichts tun ohne konkrete Beweise Ich werde ihn aufsuchen Hat er was von einer Jessica erzählt? Das FBI war heute bei mir Das FBI? Willst du mich verarschen? Es gibt hier gleich eine Razzia Gib mir dein Handy kein Du bist jemand, der Leute ausbeutet Er hat meinen Sohn gemobbt Es tut mir leid Seh mir aus den Augen Sie verfolgen mich, sie stalken mich Du hast ihm alles über uns erzählt Ist dir überhaupt klar, was du getan hast? Vertrau mir Und sonst keinem Von diesen Graneten weg Ihre Erde ist ein sehr winziger Teil einer sehr riesigen Industrie Wir brauchen die Wir brauchen die Verkaufel Wir brauchen die Wir brauchen die